Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir spielen heute eine Runde mit David, denn... Na, na, na? Habt ihr geraten? Habt ihr richtig geraten? Bestimmt. Daily, ja. Ich habe eine Daily mit dem guten David. Ich habe eigentlich auch eine Daily mit dem Michael Myers. Ja, und ich habe eben auch schon eine Runde Michael Myers aufgenommen. Aber als der vierte Generator anging, ist einfach mein Dead by Daylight geschmiert. Und ich habe keine Ahnung warum. Ruin mal wieder. Okay, ich versuch's mal durchzuziehen. Ich bin hier hinten recht einsam unterwegs eigentlich. Und hey, Festtagsbeleuchtung. Ich versuch's einfach mal. Mal schauen, welcher Killer es ist. Ruin hat ja heutzutage wirklich jeder zweite Killer gefühlt dabei. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich hab's schon lange nicht mehr, dass Dead by Daylight einfach so gecrasht ist. Ist auch ein bisschen doof, weil der Daily Fortschritt dann natürlich nicht gespeichert wurde. Ich muss als Michael Myers auch nur die Diabolik erhöhen. Ich glaub drei oder viermal. Eigentlich geht das auch richtig zügig. Deswegen wirklich schade, dass es da einfach gecrasht ist. Es war auch eine spannende Runde. Wie gesagt, drei Generatoren waren auch schon gemacht. Dementsprechend lief's ihnen natürlich dann auch schon sechs, sieben Minuten oder so. Naja, gut. Was will man machen? Jetzt auf einmal kommen die Skillchecks, weißt du? Eben bin ich richtig gut durchgekommen. Jetzt will der Generator mir das richtig zeigen hier. Komm schon. Ruin, ey. Echt nervig. Wenn man alleine arbeitet, finde ich, dann geht's meistens noch ein bisschen... Wo liegt der? Da hinten. Oh, ganz am anderen Ende der Map. Ich probier's jetzt mal durchzuziehen. Jetzt sag nicht, dass er sluggt. Ist da noch ein zweiter oder was? Nee, er hebt ihn auf. Okay, okay, okay. Ich mach den Generator hier erstmal in Ruhe. Ich hab ja noch nicht mal ne Ahnung, welcher Killer es sein könnte überhaupt. Wir sind mal gespannt. Ich hab erst überlegt, ob ich nochmal Michael Myers mache. Das Problem ist, aktuell dauert's relativ lange, bis man seine Lobby voll hat als Killer. Ich denke, es liegt daran, dass viele Leute jetzt erstmal Geist, die austesten wollen... Ach komm, ey, der war doch noch drin. I call Hacks. Ich denke, viele Leute wollen den Geist ausprobieren. Und dementsprechend sind viele Killer unterwegs, aktuell. Vermute ich. Oh. Oh. Der kommt doch bestimmt hierher. Wow. Weißt du, ich mach Ruin. Habt ihr das Totem gesehen? Leute, bitte sagt mir. Bitte sagt mir, dass ihr das Totem auch nicht gesehen habt. Ich hab ja in die Richtung geguckt die ganze Zeit, oder? Oh mein Gott, ey. Ich stand quasi die ganze Zeit 10 Meter. Er zeigt an, dass er kämmt, obwohl er da ist, ey. Immer diese Leute, die keine Ahnung haben, wann man wiggelt. Es ist Anna. Okay. Anna mit One-Shot oder nicht Anna mit One-Shot? Das ist hier die Frage. Er geht dorthin, okay. So, wo kommt er jetzt ran? Oh, bitte nicht in den Keller, oder? Muss mal eben ein bisschen näher rankommen. Oh, shit. Okay, die rennt direkt dorthin. Komm schon. Ah ja, mein Setup. Hab ich auch noch gar nicht zugesagt. Wir werden ewig leben. Dann hab ich noch Hard im Nehmen dabei. Idiot. Verstehe ich nicht. Warum lässt er sich nicht eben mal kurz heilen? Anna scheint ja sowieso beschäftigt zu sein. Hat sie den zweiten Survivor auch noch gesehen? Nee. Offensichtlich nicht. Wir werden ewig leben. Hard im Nehmen, Adrenalin und Selbstheilung. Außerdem hab ich noch ein... Medikid dabei. Hat sie wohl Barbecue? Da ist sie. Geht sie weg? Ja, sie geht weg. Na gut, komm. Sie hing schon das zweite Mal. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, natürlich. Mann, wieso will sich denn keine Sau heilen lassen von mir? Das ist doch nicht normal. Jetzt bleibt doch stehen. Geht doch. Danke. Meine Güte. Zack. Direkt erstmal hochheilen. Und dann lass uns hier gemeinsam den Generator machen. Die andere liegt noch nicht am Boden. Sie scheint keine Insta-Ex zu haben. Ich hab noch nicht gesehen, dass jemand einfach mal so umgefallen ist. Oh, das mit Ruin am Anfang. Wie hoch ist die Chance? Ich bin ja quasi wirklich dann richtig nah an Ruin gespawnt. Aber hey, den Generator wollte ich auf Krampf noch durchziehen. Den Generator mach ich jetzt. Da vorne ist Ruin-Grace. Ist mir doch egal. Manchmal muss man aber an seinen Prinzipien festhalten und den ersten Generator einfach machen. Aber komisch, dass Anna dann nicht zu mir kam. in die Richtung, weil Ruin ja wie gesagt da stand. Komisch, dass sie eigentlich generell überhaupt nicht kamen. Oder? Wo? Da. Welche Richtung guckt sie? Oh, oh, Keller. Nicht Keller? Oh, wow. Nice. Anna, du bist nett. So, wir bleiben mal hier. Ich hoffe, dass ich hier ungefähr... Person war noch nicht am Haken. Das ist gut. So, auf Krampf hänge ich den jetzt ab, Leute. Weil das meine Daily fertig macht. So. Runter mit dir, Klöl. Ja. Komm her. Sunny Kid. Warum? Weil ich's kann. Ja, da ist ein Add-on drauf, ne? Das ist ein bisschen länger hält. Und wie gesagt, wir haben ja notfalls haben wir ja auch noch das Dingens am Start. Selbstheilung, Leute. Self-Care. OP. Oh, shit. Hat er mich gesehen? Oh, der ist down. Na gut, okay. Anna geht weg. Ich, theoretisch sollte man diesen Generator hier machen, weil der einfach so mitten auf offener Fläche steht. Da hat er schon wieder den nächsten erwischt. Ist ja krass. Irgendwie habe ich Glück. Also mich hat sie noch gar nicht gesehen. Wir haben unsere Daily zumindest fertig gemacht. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Und ich glaube, wir können uns über die Runde auch bisher nicht beschweren. Ich glaube, wir haben eigentlich... I think we did a pretty good job so far. Und wenn der Typ jetzt hier lang kommt, müsste der eigentlich sehen, wie ich hier arbeite. Anna ist beschäftigt. Ja, genau. GG. Wir machen jetzt... Was? Warum? Hilf doch. Komm, lass gemeinsam den Generator machen. Adrenalin. Zack. Easy. Barbecue hat sie bestimmt drauf, oder? Denn jetzt leider zu weit weg, als der... Oh, der Strike. Hast du Adrenalin, du? Falls du Adrenalin hast, dann halt jetzt noch ungefähr 20 Sekunden durch. Okay, was? Wie zum... Was zum Teufel ist jetzt passiert? Da hinten... Ach, da hinten waren Generator schon so gut wie fertig. Hat der den gemacht? Alter, du bist mein Held. Junge. Der ist geflohen. Mit dem Strike. Und hat da... Ich habe ein bisschen Angst vor Nöten, ne? Also, wenn ich das mal richtig zusammenfasse. Der Typ hat sich mit dem Strike vom Dingens gekämpft. Vom Rücken von Anna ist dann hier lang gerannt. Und dachte sich so... Haha. Ich mache jetzt einfach den Generator. Oder wie? Ehrlich? Balls of Steel, würde ich mal sagen. Okay, die Luke ist auch hier. Perfekt wäre, wenn der andere jetzt zu einem anderen Ausgang rennt. Die beide rausgehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass eine Axt geflogen kommt. Und ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass sie Nöte hat. Aber sie bekommt den einen Typen nicht. Und gleich renne ich hin, will einen backtanken. Zack, tot. Ich meine, wir hätten hart im Nehmen noch, ne? Hey, na? Komm rein hier. Soll ich dich noch heilen? Hey! Das waren Punkte! Oh, wenn sie die andere jetzt... Ja, warte. Sie hat doch die andere gesehen, oder? Dann könnte ich durch die Luke gehen. Wenn ich richtig dreist bin. Sie kann immer noch Nöte haben, Leute. Wenn ich dann umgenödet werde, habe ich es auch verdient, ne? Okay, komm raus hier. War mir jetzt zu heiß, ey. Ich habe immer noch so ein bisschen Angst vor Nöte gehabt, ne? Okay. Aber ich habe noch ein Ablenkungsmanöver gemacht, Leute. Habt ihr das gesehen? Das war 250 Punkte wert. Oh, sie hatte sogar einen Schlüssel dabei. Hätte sie ja durch die Luke gehen können. Naja. Wäre ein bisschen wasted, wahrscheinlich. Okay, schöne Runde. Gegen die gute Anna. Ich hatte... Das war schon wieder Matti! Nice! Der gute Matti. GG. Alter Vater, ey. Matt-Manna ist heute am Start hier. So muss es sein. Ja, könnt ihr mal vorbeischauen, Leute. Der gute Matt-Manna. Der, äh... Streamt. Scheinbar. Gerade. Schaut mal gerne vorbei. Cooler Dude. Hostet euch auch richtig gerne. Und er ist sogar Mitglied im Bundes-Grandschutz, Leute, ja? Er ist, äh... Er ist sub bei Twitch. Also, schaut mal gerne vorbei. Wieder mal gegen den Streamer. Letztens schon gegen den Master. Heute gegen den Matti. Ähm... Schönes Ding. Schöne Runde. Wow. Nice. Tüftler... Ich schaue gerade, was er so für ein Setup hat. Tüftler ist ziemlich nice, weil Tüftler wirkt tatsächlich auf diese beiden Sachen, obwohl es nicht steht. Hier steht nicht dran, dass es, ähm... Dass es gegen... Ne, dass es einen Bonus bringt. Auf die beiden Sander steht ja nicht. Wird von Tüftler beeinflusst. Aber tatsächlich, Tüftler wirkt auf diese beiden Sachen. Das ist so diese MG-Kombo, wie man sie in Anführungsstrichen nennt, ne? Weil du kannst die Echse so schnell ziehen. Dann, äh... Barbecue, Ruin und Nurse Calling. Okay. Ich hätte durch die Luke gehen können. Kein Nöt. Naja. Was will man machen, Leute? Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben die Daily... Habe ich doch geschafft, ne? Dreimal. Yes! Nice. 35k. Hier, ihr seht's. Hä? Wieso habe ich gerade eine neue bekommen? Ich habe heute schon eine bekommen. Die hier. Die habe ich doch heute bekommen. Warte mal. Hä? Ist das ein Bug? Okay. Muss ein Bug. Was? Ne. Das kommt wieder. Heil andere. Okay. Keine Ahnung, was da los ist. Ich bin raus, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.